einen schönen guten morgen willkommen auf mini brunnen wir sind beim landwirtschaftssimulator und ein blick auf unsere felder sagt uns wir haben unkraut jawoll das heißt wir nehmen unseren unimog johnny raus aus den betten es gibt arbeit unsere arbeit steht hier hinten so let's go augen des gras ist hier schon gut gewachsen das heißt sobald wir zeit haben werde ich mal unseren mähdrescher hier ja ja auch mann eh hallo zunge entknotet ich mal bitte dann werde ich unseren mähdrescher hierher holen quatsch mähdrescher unseren rasenmäher oder jeder mal eine runde drehen ha wie habt spaß perfekt genau du bist gemeint hier ist das gras auch schon gut gewachsen und dort ist ein container fertig was bringen uns die eier hier da 4100 und sinkt das sinkt aber erst nachdem ich verkauft habe freundchen hey 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 jetzt hab ich dich so hell und ab damit 75.000 sind wir jetzt. So. L? Und ab damit. So. Jetzt verkaufen wir nicht noch die zweite Fuhre. Ja. So, liebe Dorfbewohner. Es gibt frische Eier. Glückliche Eier von glücklichen Hühnern. Greift zu und kauft. 10.000 Euro Einnahmen. Wir sind bei 85.000. Ihr wisst, was das heißt. Ha, 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 ha. So. Wobei, der kann hier gleich stehen bleiben. So. Du dürftest jetzt mal so langsam wieder. Oh. Braucht nicht Schweinewasser? Wir hatten ja jetzt eine Menge Zeitraffer gehabt. Oh, bei der Schweine ist alles rot. Aber Wasser ist grün. Und ihr braucht ja kein Wasser. Okay. Da wird gemacht. Hier kommt gleich noch Unkraut. Und wir sind in der dritten Wachstumsphase. Perfekt. So. Den Wasseranhänger stelle ich hier hin. Ah. Der füllt auf. Gut. Dann. Sind jetzt die Kartoffeln fällig. Also. Einmal aufladen. Einmal aufladen. Junge, Junge, Junge. Ah, der Überladewagen ist leer. Überladewagen ist leer. Ähm. Da hatten wir gesagt. Wir könnten hier die Spezialkartoffeln verkaufen. So. Einmal hier aufladen. Einmal hier abladen. So. Jetzt muss ich mal den zweiten Unimog. Der wird ja eine Weile brauchen. So. Halt. Jetzt wirst du den auffüllen und darüber bringen. So. Jetzt gucke ich gleich noch mal nach Schweinefutter. Ja. Ja. Sehr gut. So. Warum hast du nicht abgeladen? Ach. Hing der wieder einen Millimeter daneben. Oh Mann. Moment mal. Moment mal. Oh ho ho ho. Jetzt will ich was probieren. Jetzt will ich was probieren. Wo ist mein Überlade Anhänger? Wo ist denn der? Ach. Ach der muss da hinten stehen. Jetzt will ich gucken, ob das funktioniert. Da hinten ist er. Also. Glaube ich nicht, dass das funktioniert. Mach da nicht. Mach da nicht. So. Ich mach das Ding nämlich auf den Verkaufsträger. So. Und teste das mal. mit dem hier. Mit dem hier. Ja. Premium Kartoffeln. So. Verkauft er die jetzt? Nee. Jetzt verkauft er sie. Der verkauft sie. Der verkauft sie. Oh. Freunde. Oh. Wisst ihr, was das heißt? Hahaha. Der verkauft die. So. Dann hätte ich mal gerne meinen großen Anhänger. Ja, das mach ich jetzt. Du startest mit Premium Kartoffeln. So. Alles rein, was geht. Sind ja bloß etwas über 30. Und jetzt mein Freund. Und jetzt mein Freund. Widrig. Musik. So. Jetzt bin ich. Oh. Musik. Wir reden. Dann vielleicht. Das ist das. Wollt. hat sie eine anhängerkupplung dran nein aha schade ja ja ach so der ist langsamer ja ja der sieht das ich schütte den schneller zu als er das abführen kann ernsthaft leute wer ist das hier jetzt müsste doch reichen war förderbänder dienen diesem förderband im material vom boden auf und transportiert weiter zum nächsten förderband theoretisch müsste das müsste ich das hier nehmen oh man also das dauert jetzt wirklich eine weile so du striegelst du nein ich werde jetzt nämlich folgendes machen ich bringe jetzt das schweinefutter rüber mache dann feierabend hier also zumindest mit der folge und mache das ganze offscreen weil ihr wollt jetzt nicht gucken wie ich da jedes mal warte fläche 2 start so das dauert hier nämlich noch eine weile und deshalb würde ich einfach sagen danke fürs zuschauen macht's gut bis zum nächsten mal und see you later bis zum nächsten mal Vielen Dank.